Kanadischen NDR Medienpartner CBC Wo triffst du die wichtigsten alltäglichen Entscheidungen? Wenn die Antwort ist in Kanada, dann ist es ein kanadischer Trust. Auch Jonathan Kolber bestätigte in einem Telefoninterview vor einigen Wochen gegenüber dem Sender CBC, dass Berater Chazan den Trust aus Kanada managte. Er war der Berater. Er war derjenige, der die Entscheidungen traf. Kolbers Anwalt hingegen widerspricht gegenüber dem ICIJ seinem Klienten. Das zentrale Management und die Kontrolle über den Kolber Trust und den anschließend gegründeten Lacombe Trust war niemals in Kanada. Besonders ein Vorgang aus den Unterlagen wirft Fragen auf. Bronfman Trusts hatten dem Kolber Trust 2002 gut 4 Millionen Dollar geliehen. Die Familien hatten verabredeten, dass der Kreditzinsfrei sein sollte. Da das Gesetz allerdings verlangte, dass der Kolber Trust an die Bronfmans Zinsen zahlt, kamen die Berater auf eine Idee. Bronfmans Firma Klaritsch bekam eine Rechnung für erbrachte Leistungen über die Höhe der Zinsen vom Kolber Trust. So sah es aus, als würde Kolber Zinsen zahlen, bekamen diese aber wieder zurück. Der Steuerexperte der University of Florida Grayson M.C. Kautsch meint im Gespräch mit dem ICIJ, diese Abmachung könnte als Betrug gewertet werden. Für einen Beobachter, besonders die Steuerbehörde, könnte diese aussehen wie der Beweis einer Täuschungsabsicht. Kolbers Anwalt betont, dass keine solche Rechnung ausgestellt worden sei. Ein ehemaliger Klaritsch-Mitarbeiter bestätigt jedoch, dass Jonathan Kolber geringe Summen in Rechnung stellte. 2013 und 2014 beschlossen Kanada und Israel neue Gesetze. Offshore-Anlagen sind seitdem zu versteuern. Der Kolber Trust und der Schwester Trust LaCom wurden daraufhin geschlossen. Sie waren damals 64 Millionen Dollar schwer, worauf Jonathan Kolber Steuern in Israel zahlte. In Kanada, so Kolbers Anwalt gegenüber dem ICIJ, seien die Trusts nie steuerpflichtig gewesen. Weder Leo Kolber noch Steffen Bronfman hätten je Kapital zum Trust beigetragen. Dem widerspricht allerdings die Steuerübereinkunft, die Jonathan Kolber mit Israel schloss. Dort erklärte er gegenüber den Behörden, dass das Geld des Trusts aus dem Vermögen seines Vaters stamme. Wie viel Geld Kanada durch den Kolber Trust entgangen sein könnten, sei schwer zu sagen, meint Geoffrey Luma, Steuerprofessor der Dalhousie University gegenüber dem ICIJ. Wir reden über Millionen an Einkommen und wahrscheinlich Millionen an Steuern plus Zinsen. Kolbers und Bronfmans Anwalt sieht das anders. Anschuldigungen von Steuervermeidung oder Verschleierung seien falsch und eine Verdrehung der Fakten, schreibt er dem ICIJ. Die Trusts hätten alle Gesetze und Regelungen befolgt. Meine Klienten haben immer korrekt und ethisch gehandelt, wobei sie alle Gesetze und Anforderungen komplett befolgt haben. Keine der Transaktionen sei eingerichtet worden, um Steuern zu umgehen oder zu vermeiden. Die liberale Partei sagte auf Anfrage des ICIJ lediglich, Bronfman arbeite lediglich als Freiwilliger für die Partei und kümmere sich nicht um politische Entscheidungen, sondern lediglich darum, Spenden zu sammeln.